Für den einwandfreien Lauf des Motors ist das Lagerspiel der Kurbelwelle und auch der Pleuel ein maßgeblicher Faktor. Abgesehen von den Messungen vor dem Einbau der einzelnen Bauteile kann das Lagerspiel auch im eingebauten Zustand festgestellt werden. Nämlich genau dann, wenn herkömmliche Methoden mit Fühlerlehre und Mikrometer nicht mehr eingesetzt werden können. In diesem Fall gibt es eine sehr einfache und präzise Messung von Lagerspiel- und Spaltmaßen. Ein kleiner Faden aus Spezialwachs namens Plastikgorsch stellt eine einfache aber präzise Methode zur Messung von Toleranzen dar. Das zu messende Lager wird geöffnet. Nach dem Reinigen der Lagerschale und der Welle wird ein Stück des Fadens in Querrichtung auf die Welle aufgelegt. Gegebenenfalls wird die Welle zuvor mit etwas Silikonspray oder Fett benetzt, damit der Faden fixiert werden kann. Der Lagerdeckel wird nun wieder aufgesetzt und mit dem vom Hersteller vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment verschlossen. Sehr wichtig ist es, den Motor oder die Welle nicht zu drehen. Dies würde den Faden verschmieren und käme zu keinem Messergebnis. Der Lagerdeckel kann nun wieder entfernt werden. Auf der Welle ist nun der flach gedrückte Faden zu sehen. Anhand einer Skala, die dem Messsystem beiliegt, ist anhand der Breite des Abdrucks der Wert des Lagerspiels zu ermitteln. Idealerweise liegt dieser Wert in etwa bei ein zweitausendstel des Wellendurchmessers. Das heißt bei einer wie in diesem Fall gezeigten Welle mit einem Durchmesser von 38 Millimeter liegt der Wert bei 0,019 Millimeter. Im Werkstatthandbuch ist dieser Wert mit einer Toleranz von 0,09 Millimeter bis 0,025 Millimeter abzulesen. Diese Werte sind unbedingt einzuhalten, da diese Werte auch für die Förderleistung der Ölpumpe maßgeblich sind. Wird die Förderleistung der Ölpumpe überschritten, kann es zum sogenannten Fressen der Lager kommen, da der Öldruck abfällt und nicht mehr alle Bauelemente erreicht. Mit Plastikgorsch lassen sich aber auch Anpressmasse an Flanschen überprüfen. Hier wird ähnlich verfahren. Am Flansch wird ein Stück Faden aufgelegt und die Flanschverbindung verschlossen. Wenn nun die Verbindung wieder geöffnet wird, lässt sich das Anpressmaß ablesen. Vielen Dank. Vielen Dank.